Unterwegs im Tourbus. Heiße Pup Desperation im Hotel. Der Musiker Finn ist ihr absoluter Lieblingsstar. Daher ist es selbstverständlich, dass sie mit klopfendem Herzen vor dem Hotel auf seine Ankunft wartet. Ihn hierbei wieder erwarten, in aufregend verzweifelter Lage anzutreffen. In der er vor lauter Pinkel und Kacknot weder einen noch ausweist, löst ein sinnliches Kribbeln in ihr aus. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage edition-aurum.de